Servus Leute, du bist angehende YouTuber oder YouTuber mit kleinen oder gar keinem Budget oder du möchtest deinen Kanal bzw. dein Equipment aufweiten oder ausweiten, genauso ist es, dann werde sehr sehr gerne Abonnenten meines Kanals, gib diesem Video einen Daumen nach oben und du hast diese Chance, diese Logitech Kamera, die ich by the way auch selbst verwende, das ist die Logitech C920, das ist an und für sich die beliebteste Facecam für YouTuber oder Let's Player und ja, heute hast du die Chance, eine Kamera, es spiegelt ein bisschen, zu gewinnen, ihr müsst nichts mehr machen außer, wie gesagt, Abonnent meines Kanals sein, Daumen nach oben auf diesem Video und diesmal möchte ich es ein bisschen ausführlicher haben, weil ich interessiere mich nämlich für meine Leute oder für die Leute, die das gewinnen wollen, warum möchtest du diese Kamera gewinnen bzw. was machst du mit dieser Kamera? Ich hoffe, ihr habt eine Freude damit, danke nochmal an Christina, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast, bleib bis zum Ende des Videos dran, da werden alle laufenden Gewinnspiele aufgelöst und kurz zu diesem Video, das ist ein Zweiteiler, heute kommt Teil 1, morgen kommt Teil 2 und wirklich, das ist die Ruhe vor dem Sturm, morgen kommt ein Pack, das habt ihr noch nie bzw. schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, ich rede jetzt viel, viel zu lang, also ihr wisst, was zu tun ist, viel Spaß damit, let's go! Team of the Groupsage ist da, jetzt müssen wir nur noch kurz gucken, und Promo-Packs, es gibt sogar Promo-Packs, seltene Spieler-Sets, let's go Leute, seltene Spieler-Sets, komm, und da kommt ein Inform, okay, ein Inform haben wir schon Leute, Inform ist schon mal da, Draxler, Salah, oh mein Gott Leute, Draxler und Salah noch am Start, mit einem Inform, stark, 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 komm, komm, noch ein geiler Spieler, noch eine Tafel, noch eine Tafel, Benatia, Benatia, fuck, 84 Rating ist auch, und Touré und Castro, wie gut, wie gut Leute, wow, Touré und Castro und Benatia, stark, extrem stark, komm, noch eine Tafel, noch eine Tafel, Inform, keine Ahnung, wer bist du? Malaga, zwei Informs im vierten Pack Leute, zwei Informs im vierten Pack, Fick hier ist am Start, Bormann, Vila, Warcote ist da, stark, oha, da habe ich meine Ikone gezogen, aus diesem Pack, aus diesem Pack habe ich meine Ikone gezogen, keine Tafel, keine Tafel Leute, Zeugan, freut mich, dass du hier bist, und noch eine Tafel, noch ein Inform, Spanien, Spanien, rechtes Mittelfeld, drei Informer, die waren allesamt, scheiße Leute, die waren allesamt Kacke, da haben wir noch gute Spieler, Camacho ist am Start, Karius ist am Start, das ist Casola, okay, ich wusste jetzt nicht, wer kommt, ich wusste jetzt nicht, wer kommt, Malos, wieder Bormann, Mangala, Radu, Vasa, Alashvidal, noch eine Tafel, let's go, let's go, das ist doch jetzt nicht Falcao, den brauchen wir sogar Leute, Falcao brauchen wir für die SPC, Marta ist am Start, Bakayoko ist am Start, klein, stark, ich werde auf jeden Fall noch einmal aufladen, ne, fünf, vier Packs noch, ich habe Tick, Deko, stark, und ja, endlich wieder eine Tafel, endlich wieder eine Tafel, Italien, Z, oh, Bonucci, Bonucci, Leute, oh, mein Bildschirm fliegt gleich um, Bonucci, stark, er hat gleich so ein Tänzchen gemacht, ne, stark, da bin ich gerade übertrieben glücklich, GG auf jeden Fall, vier Minuten, Fernandinho, wenigstens mal ein Spieler, aber es sind so viele Verbrauchsobjekte, das ist so unnötig, ich habe auch Bakayoko gezogen vorher, ja, Johannes, so, ja, wenigstens eine Tafel, wenigstens eine Tafel, oh mein Gott, wie der raus läuft, oh mein Gott, ich hätte nie gerechnet, ich hätte nie mit Manuel Neuer gerechnet, ich dachte mir, Fernand oder Horn, wie viel kostet er, Leute, wie viel kostet er, Leute, what the fuck, und ich sag mal vorher, Megaset ist so scheiße, 320k, nehme mir mit, seltene Megasets, Tafel, aber was ist seltene Megaset, sind wieder so viele Verbrauchsobjekte, ne, Spanien, Z-O-M, Valero, glaube ich, heißt der, tan, 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 noch eine Tafel, noch eine Tafel, komm, das ist nicht Modric, nein, das ist Mandzukic, aber ich will einen Team-of-the-Group-Stage-Spieler endlich haben, Leute, soll endlich, aber wenigstens viele 83er und 82er, stark, Turan ist auch dabei, und dies dürfte nichts wert sein, ich möchte endlich einen Team-of-the-Group-Stage-Spieler haben, warum habe ich jetzt geglaubt, das ist Nengolan, aber Nengolan ist ja Belgier, Nengolan ist ja Belgier, krass, aber wieder ein 84er-Spieler, ist auch stark, ah, aber wenn man Pekka hat, stell dir vor, wir haben auf einmal eine Icon oder so drinnen, ne, ich sagte auch vorher, Megaset ist scheiße, und dann waren einfach Manuel Neuer drinnen, ne, ab 8 können wir noch öffnen, ich öffne die einfach runter, und dann gehen wir offline, ja, Team-of-the-Group-Stage, bitte eine gute, wer bist du, hä, keine Ahnung, egal, endlich, und die Pekka-Animation sieht so geil aus, schade, diese Pekka-Animation sieht so geil aus, Leute, scheiße, man, egal, wir haben einen gezogen, wir sollen damit zufrieden sein, wir sollen damit zufrieden sein, dass wir einen zumindest gezogen haben, vielleicht noch Pack-to-Pack, das wäre, das wäre übelst geil, Pack-to-Pack, aber egal, noch eine Tafel, noch eine Tafel, okay, okay, das war der falsche von Barcelona, so, geben wir da einfach Transferliste, den habe ich jetzt schon das zweite Mal heute gezogen, den geben wir so auf die Transferliste, den geben wir auch so auf die Transferliste, und den Rest verkaufen wir, krass, Leute, sechs gehen sich noch aus, ein Team-of-the-Group-Stage wäre so geil, Psycho, ich grüße dich, einer wäre noch so geil, aber noch eine Tafel, komm, 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 ah, jetzt kann er mich nicht mehr flachsen, jetzt kann er mich nicht mehr flachsen, no, wir gehen wirklich nicht schnell weg, das ist sehr, sehr geil, das ist sehr, sehr geil, dass wir nicht schnell weggehen, ja, noch eine Team-of-the-Group-Stage-Karte, bitte nicht noch ein Schweizer, nein, nein, Leute, nein, den habe ich schon, nein, der zweite, nein, belastet, Sarek ist auch am Start, fuck, wir haben nur noch vier Packs Zeit, oder Chance, vier Packs, komm, noch einer, zwei hintereinander, bitte nicht noch mal, Schweizer, bitte, bitte, wer, wenn jeder, okay, 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 wenn jeder, zweimal hintereinander, zweimal hintereinander, Team-of-the-Group-Stage-Kartner, fuck, 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 Leute, Dorme nach oben auf jeden Fall, Ben jeder, Ben jeder, krass, 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 ich dachte auch Mbappé, fuck, fuck, aber 100k, 160, egal, ich gebe mal so, drei gehen sich noch aus, Leute, drei gehen sich noch aus, komm, zwei hintereinander waren das jetzt, zwei hintereinander, wieder eine Tafel, wieder eine Tafel, Deutschland, ZIV, Süle, brauchen wir nicht, Kano, komm, bitte noch eine Special-Karte, noch eine Special-Karte, noch eine Tafel, wie viele Tafeln wollen denn noch kommen, Frankreich, Stürmer, oh mein Gott, Nein, 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 das kann es nicht sein, das wäre zu viel gewesen, komm, 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 noch eine Tafel, noch eine Tafel, Spanien, ZIV, Piqué, Piqué schon wieder im Walkout, Piqué, hi, krank, was sind denn das für Spieler heute, was haben wir heute für Spieler gezogen, oh mein Lords, zu krass, zu krass einfach, Oh mein Gott, viermal Team auf der Group Stage, und zum Glück wurde nicht Silber gezeigt, zum Glück wurde nicht Silber gezeigt, wir wären eskaliert, Escalation, Escalation, oh mein Gott, Leute, Daumen nach oben, hahaha, was ist denn los, zum Glück wurde er nicht gezeigt, zum Glück wurde er nicht angezeigt, ich wäre so ausgerastet, krass, Mustafi aber zweimal 84, haha, zweimal 84, was ist eure Mission, was ist eure Mission, verdammt nochmal, Es hat nicht sehr gute Jesu k¿ Wie eine τsch Je Z Ich Das